Hallo zusammen, mein Name ist Ben Reller. Und ich bin der Merlin Weder. Wir beide machen die Lehre als Fachmann für Betriebsunterhalt und sind im zweiten Lehrjahr. Wir arbeiten beim Kanton. Der Kanton hat über 5000 Mitarbeiter und über 160 Lernende. Und heute sind wir auf einem der vielen Standorte des Kantons, auf dem Schloss Lenzburg. Und wir zeigen euch das heute. Kommt doch mit! Wir arbeiten im Aussen- sowie im Innenbereich. Das macht unser Berufsleben sehr abwechslungsreich. Als lehnender Betriebsunterhalt ist man verantwortlich für die Saubigkeit des Gebäudes. Bezug gehört zu polieren, sodass der Glanz vom Boden erhalten bleibt. In meiner Lehre erhalte ich nicht nur spezifische Wissen für Betriebsunterhalt, sondern auch das Grundwissen von bekannten Berufen, wie zum Beispiel Maurer, Sanitär und Elektriker. Ich arbeite gerne beim Kanton Aargau, weil ich ein super Team habe, viel Verantwortung übernehmen darf und oft selbstständig arbeiten kann. Für den Beruf sollte man teamfähig, zuverlässig und selbstständig sein. Jetzt habt ihr einen Einblick in unsere Lehre bekommen als Lendenbetriebsunterhalt. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr euch jetzt beim Kanton Aargau bewerben. Denn Menschen macht die Zukunft und du bist ein Teil davon. キ TUBE K direction Kde K Reheberg